Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Black Ops 3 Video. Heute soll es um zwei neue Dinge gehen, die mir, einem Abonnenten und einem englischsprachigen YouTuber noch in dem GameStop Trailer aufgefallen sind, in dem man ganz kurz die Nuketown Map sieht. Und zwar fangen wir da als allererstes mit der Sache an, die einem Abonnenten von mir aufgefallen ist. Und zwar wenn wir dieses Gameplay an einer bestimmten Stelle anhalten, wo man gut die Minimaps sehen kann, sehen wir auf der rechten Seite da, wo bei Black Ops 2 immer die B-Flagge war, vielleicht ist sie da bei Black Ops 3 auch, wer weiß. Aber da ist ja auf der rechten Seite eigentlich immer nur so ein Haus und dahinter ist ja noch dieser Gang, wo man mit seinem RC-XD so vorbeifahren kann, was nie einer gemacht hat. Aber hier ist es so, dass wir da nicht mehr nur ein Haus haben, sondern da sehen wir so zwei Gänge, die miteinander verknüpft sind. Und das scheint so, als hätten wir da so einen kleinen Wallrun-Spot, dass man praktisch von einem Spawn direkt in den anderen kommt, ohne über die Mitte zu laufen. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, einfach schon vorher abzubiegen, in Anführungszeichen, hier den Wallrun zu nehmen, ein bisschen zu boosten, dann wieder in die Wand zu gehen und dann stehe ich praktisch schon im gegnerischen Spawn. Das ist aber nicht die Hauptsache, um die es heute gehen soll, sondern es geht um ein anderes Secret, was wir hier sehen. Und das ist meines Erachtens noch viel, viel krasser. Und zwar, wenn dieser Typ in das Gebäude reinspringt und die Kameraperspektive wechselt, so dass wir ihn von vorne sehen, sehen wir im Hintergrund über der Map, also über der Map-Mitte, wo wir im Hintergrund das blaue Haus sehen, komische Steine in der Luft, die sich dann auch noch drehen. Und das scheint mir so, als wäre das sowas wie ein Jump'n'Run, um auf die Dächer von Nuketown zu kommen. Schauen wir hier einfach mal ganz genau hin. Ich mache es euch mal ganz langsam. Dann sehen wir, dass sich sogar der ganz rechte Block einmal so um 90 Grad ganz schnell dreht und alle Blöcke hier bewegen sich rauf und runter, drehen sich ab und zu mal um 90 oder sogar 180 Grad. Man sieht das hier ganz, ganz kurz im Hintergrund. Ganz, ganz unten links in der Ecke sieht man auch noch einen, der sich einmal so dreht. Und mir scheint das hier alles so, dass es vom Boden aus irgendeine Position gibt, über die man mit diesem Jump'n'Run auf die Dächer von Nuketown kommen kann, um da dann irgendwie runter zu snipen oder dass vielleicht sogar da oben Flaggen positioniert werden. Das wäre natürlich übertrieben krass. Oder dass man in Stellungen Stellungen auf den Dächern hat und erst über dieses Jump'n'Run da hochkommen muss. Also richtig, richtig krasse Sachen kann man damit machen. Aber ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, haltet ihr das für das gleiche wie ich? Also denkt ihr auch, dass es da Möglichkeiten gibt, auf die Dächer zu kommen und von da aus dann irgendwie runter zu snipen oder dass da irgendwelche anderen Sachen sind oder dass man vielleicht sogar von oben in die Häuser reinkommt. Also dass da richtig viele krasse Sachen entstehen. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, aber wir wissen auf jeden Fall, auf dieser Map geht irgendwas richtig krasses ab. Was das genau sein wird, sehen wir dann ja in ein paar Tagen, wenn das Spiel rauskommt. Also ich bin echt super gehypt und gespannt, was das sein wird. Also es sieht richtig, richtig spannend aus, als hätten die sich da richtig was einfallen lassen. Wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da, wird mir echt weiterhelfen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video.